Kommt raus aus dem Wald, die Hexe ist euch heult. Sie ist sehr nett und freundlich und sie hat ein Herz aus Gold. Kommt raus aus dem Wald, ihr müsst euch nicht erschrecken. Die Hexe ist ganz zauberhaft. Ihre Muffins werden euch schmecken. Kommt raus aus dem Wald, die Hexe ist euch heult. Sie ist sehr freundlich und sehr nett, sie hat ein Herz aus Gold. Kommt raus aus dem Wald, ihr müsst euch nicht erschrecken. Ich bin wirklich zauberhaft. Lasst euch die Muffins schmecken.